Hoi, hoi und herzlich willkommen bei Vival Design Druck & Web. Es ist Samstag und unsere Mitarbeiter sind im wohlverdienten Wochenende. Es war wieder eine brutal intensive Woche für alle. Heute möchte ich dir ein Website-Projekt zeigen, das wir gestaltet und programmiert haben. Michi Kapferer von der neu gegründeten Firma Nexum Energietechnik GmbH aus Herisau ist mit der Anfrage für einen einfachen und übersichtlichen Internetauftritt auf uns zu erhalten. Wichtig war ihm, dass er seinen Online-Auftritt selber anpassen kann. Wir haben ihm darum seine One-Page-Website mit dem CMS-System Wordpress programmiert. Auch die Handy-Ansicht ist sehr benutzerfreundlich und mit seinen vielen guten Referenzbildern eine Freude durchscrollen. Das Resultat kann sich zeigen lassen. Unseren Kunden und wir sind mega happy. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis bald. Und nicht vergessen, wir weiblen auch gerne für dich.